Hilfe, Hilfe! Oh mein Gott, ich hab ein Leben! Ey, sorry Max, dass ich gerade eben so aggro war, aber ich schwöre, du hast dich so dumm angestellt. Ich konnte einfach nur ausrasten. Das sind einfach die Pfeile, du hättest mehr Pfeile mitnehmen müssen. Max, ich hatte einen Stack Pfeile dabei und ich habe mit diesen Pfeilen alle, ich wiederhole, alle dieser Dinger abgeschossen, die dem Drachen wieder neues Leben geben, okay? Alle. Also ein paar hab ich auch gemacht, das hat man gesehen. Boah ey, der hat mich fürcht. Kannst du mir ein Pfeil bauen? Du Assi, Alter! Wir müssen Drachenatem farmen, haben wir irgendwo noch Kohle hier? Junge Alter, Kürbisse, ja wir nehmen uns jetzt noch Kürbisse mit, let's go. Da können sie uns nicht sehen, ne? Richtig. Hat Max den ganzen, die ganze XP vom Drachen eingesammelt? Liegt die da noch? Ich hasse dich Max, ich schwöre, ich hasse dich, das ist so unrewarding mit dir zu spielen, das ist so unfair einfach, das ist so unfair, das macht einfach keinen Spaß, weil du nichts dazu getan hast. Ich hab dazu einiges getan. Max, wo bist du? Bane of Anthropods 4. Halt dein Maul. Max, wenn du das jetzt mit Bane of Anthropods 4 verzauberst, dann quitte ich das Game. Ich hol die wieder rein, die Level, kein Problem. Halt's Maul, komm jetzt. Ja, das ist Romatra auch Story, die lagen dazu aber. Trimax verzaubert aber grad dafür, mit den ganzen Leveln, die er sich gesnackt hat, die hätten wir nutzen können, um dir eine vernünftige Rüstung wieder zu machen, verzaubert ihr grad wieder irgendwie Müll. Es ist wirklich, es ist einfach nur unrewarding, es ist einfach nur schmerzhaft und es tut einfach, es macht auch keinen Spaß mehr mit dir zu spielen, Max. Es ist einfach grad ein Moment, wo ich denke, boah, ist das Sch***. Tu mir leid. So, Max, mach mal was Sinnvolles. Ja. Craft immer drei Betten. Ja, mach mal. Ich hab keine Wolle und kein Holz. Dann geh Wolle fahren und zu Holz fahren. Es ist so einfach, es ist so einfach, craft einfach drei Betten, das ist eine ganz simple Aufgabe, das kriegst du hin. Kann ich mir die pinken Wolleblöcke von deinem Haus nehmen? Nein, natürlich nicht, du Assi. Wie kriegst du wirklich so Wolle her? Da ist keine Wolle drin, was jetzt, Max? Was ist der nächste Schritt? Gehst du zu unserer Schaffarm und holst dir Wolle von denen, oder was machst du? Wie machst du's? Wie machst du's? Du musst jetzt arbeiten gehen. Ich mach das gar nicht. So, Max, hast du genügend Level? Ich hab zwei Betten. Wir brauchen drei, wir sind drei Personen. Ja, das tut mir leid, dann müsst ihr verdammt nochmal was mit den Schafen machen. Boah, ich bringe den gleich um. Ich schwöre, ich bringe den immer weiter um. Ich spawn trappe den und kill den immer weiter. Den möchte ich auch haben, was habt ihr auf dem Kopf? Boah, Romatra! Was? Kann der nicht seine Aufgabe einfach machen, man? Man muss alles selber machen mit dem Penner. Ich hab's. Oh Gott, ist egal. Hast du das Bett? Ich habe zwei Betten. Boah! Warum sagst du das? Ich töte jetzt die Schafen, weil es ist mir jetzt egal, Romatra. Gib mir drei Holz. Hat der Jungen wieder drei Holz? Max, ich hab die Wolle schon! Ich habe die Wolle schon! Ich töte dich jetzt! Ich hasse dich! Stopp! Feuer einstellen! Boah! Alter! Wow! Einfach ausgestiegen! So ein Idiot, wie du spielst! Ich hasse dich so sehr, Max. Ich wünschte mir öfter, du würdest besser spielen. Boah, ich werde Max gleich irgendwo runterstoßen, Alter. Leute, wir werden ihn gleich hinrichten. Wir werden ihn gleich hinrichten. Ja. Werden wir machen. Halt deine Fresse, Max. So, jetzt warte. Bevor ihr jetzt irgendwas macht, bitte lass mich mal kurz vorgehen. Sonst verkacken wir das mit dem Drachenraten. Wo ist das andere Portal? Da vorne. Gut, kommt mit. Deine Schuld. Was ist da denn jetzt genau? Ich sehe die ganze Zeit bei mir im Chat so Kommentare wie, Revi war auch mal besser. Junge, der Drache ist einfach stärker geworden. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ja, ist okay. Wie kommen wir jetzt hier rein? Das ist, ähm, Endstone. Ich sag's euch nicht. Ah, das kann ich hier hinlegen mit einer Trapdoor oder irgendwie so, gell? Oh, das ging natürlich nicht. Du dich auch. Hast du eine? Ich hätte unter Umständen Holz dabei. Hier ist eine Ender-Perle für euch alle. Nehmt sie. Und dann rechtsklick draufwerfen. Wo ist das? Ich hab keine. Ich hab dir eine hingelegt. Wo sind wir denn jetzt? Im zweiten End. Ich hab sie reingeworfen und es ist nichts passiert. Das hast du nicht richtig gemacht. Da musst du jetzt eine Ender-Perle farmen. Musst du einen Enderman töten. Ach, was ist das denn? Ja. Geil, Alter. Geil. Endlich kriegt er seine... Endlich kriegt er seine... Endlich kriegt er seine Quittung für sein Badplay, Junge. Ja, Mann. Geil. Alter, ich liebe es. Oh, lol. Was ist das? Chorus-Früchte. Mitnehmen. Mega satisfying an, wie die Dinger kaputt gehen. Ich wünschte, Max könnte das sehen. Alter, das ist mega, oder? Ich hab keinen Holz mehr in den Chip dort zu bauen. So, Jungs. Jetzt kommt ein bisschen Action. Fuck. Jetzt müsst ihr eine Ender-Perle da rüberwerfen. Kriegt ihr das hin? Ich werde die ganze Zeit angewirfen. Ihr müsst jetzt gut zielen, um hier rüber zu kommen. Hört ihr? Noch eine bitte. Bisschen hochziehen. Bisschen hochwerfen. Bisschen hochwerfen. Wie hoch muss ich ungefähr werfen? Max, mach. Bisschen, so 45 Grad? Ne, ist zu viel, ist zu viel. Oh mein Gott, er schafft es nicht. Joke. Ist die Chorus-Früchte. Niemals. Alles, was in den Chat geschrieben wird, ist Bullshit. Wachsen die Chorus-Früchte nur auf Endstone? Ja. Also sollten wir uns auch ein bisschen Endstone mitnehmen, ja? Kommst du, Rommatra, hier rüber? Ja, mach ich. Warte. Boah. Max, Alter, war das klapp. 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 Not bad. Oh mein Gott. Max! Ich wurde zu 100% von Romatra. Nein. Ja. Ja. Kein Hochtock. Ja. 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 Hast du den Block unter mir abgebaut? Ja. Hab ich nicht. Ja. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, Max. Geil, Alter. Geil, Alter. Ich möchte jetzt gerne wissen. Hab ich's verkackt? Ja. Oder wurde mir eine Falle gestellt? Du hast es so verkackt. Weißt du, wieso? Weil der Sneak immer noch auf U hat. Deswegen ist er heruntergefallen. Oh mein Gott, der ist endlich wegen Sneaken gestorben. Ja, er hat halt nicht angehalten. Der weiß, glaub ich, gar nicht, wie diese Mechanik funktioniert, weil er nie zuhört, wenn man mit ihm redet. Scheiße. Geil, Alter. Ich spreng den Leuchtturm. Halt's Maul, Max. Wenn wir den Leuchtturm sprengen, dann... Max, du kannst jetzt nichts für deine Dummheit. Also wir können nichts dafür. Verdammte Kiste. Du hast es leider nicht gesehen. Er ist einfach den Steg entlang gelaufen und hat nicht aufgehört. Er ist einfach weiter gelaufen. Er ist runtergefallen. Oh mein Gott. Max. Einfach nur geil. Einfach nur richtiger Trimax-Moment. Wirklich. Max, tut mir voll leid. Max. Sollen wir einen Deal machen? Was ist der Deal? Du bist unsere Sklavenhausfrau. Aber dafür teleportieren wir dich. Du kriegst einen TP. Equip wir dich. Und dann kriegst du eine TP. Weil das ja auch echt langweilig ist für dich so. Sklavenhausfrau. Was muss man dafür machen? Zum Beispiel besser. Das ist die Frage. Oh. Bist du jetzt etwas existisch? Ne, ne. Ich frag nur. Kann ich nicht einfach der Sklavenhausmann sein? Ne. Du bist eine Sklavenhausfrau. Alright. Nehm ich an. Geil gefunden. Haben wir? Ja, geil, Alter. Romatra, ganz dumme Frage. Gönnst du mir diese Elytra? Ja, ich gönne die Elytra. Danke. Let's go, Leute. Oh, wie geil das aussieht. Und Max sieht einfach alles nicht. Ich möchte hier auch schnell gucken. Könnt ihr mich porten? Ja. Nein, ist zu spät. Hier port ich dich nicht hin. Weil wenn du mir die Yoinkst, dann bin ich raus. Romatra, vorsichtig. Diese Dinger dürfen dich nicht treffen, Romatra. Diese Dinger hier. Die Lasten, die geben dir Levitation-Effekt. Und dann fliegst du hoch. So, Romatra, jetzt vorsichtig. Hier drinnen. Ja. In dem Dungeon. Oh, das ist so geil, dass Max das nicht miterlebt. Jetzt musst du hier krass aufpassen, weil hier überall diese komischen Flugblöcke sind. Und die f*** rein, oder was? Riebe ich jetzt bereit? Ruhe, Max. Ich kann grad nicht. Du wurdest auch total getroffen. Ja, ja. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Geil, ich hab ne Schalker-Box. Ich wäre jetzt bereit. Ja, Max. Ich kann grad nicht. Verstehst du es eigentlich nicht? Dass ich mich nicht nur um dich kümmern kann, du Sch***kind. Alter. Du kannst mal in der Zeit deinen Sneaken auch... Ja. Guck mal bitte, dass du das machst. Sonst stirbst du gleich wieder, Max. Okay, komm, machen wir es. Komm. Options. Ich kann jetzt jederzeit sneaken. Ich kann das jetzt. Glaube ich nicht. Ich kann es jetzt beim Laufen machen. Wie desperate der ist. So, Romada, jetzt wird hier ein bisschen stressig. Lass dich hier ruhig von einem hinten. Das ist nicht so schlimm. Kannst du dich kurz einbauen? Max, ich fliege gerade umher. So, nice, Romada. Es sind alle down. Jetzt wäre ich bereit. Ich hab richtig viel Cobblestone, Holz. Ich hab alles, was ihr braucht. Du hast Sneaken auf 5? Nein, nein. Button 5. Das ist ein Maus-Bein. Das ist so, wie ich in Fortnite eine Wand baue zum Beispiel. Oh, Diamant, Protection 2, Dias. Ein scharptes Vierschwert. Alter, dieser Loot, Junge. Fischen Sie 5, Unbreaking und Mending. Junge, ich bin wieder ausgerüstet. Ich dp jetzt mal, Max. Ich finde euch die Schiffe, kein Problem. Bin drin. Da vorne ist übrigens ein Schiff. Das ist ein Schiff, meine Freunde. Das werde ich mir gleich geiern. Das wird gejoinkt. Diese andere Art und Weise. Das war no joke. Wann kam das alles ins Game rein? War das schon immer da? Nein, natürlich nicht. Oh, nice. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich bin aber zu gut in dem Game gerade. Komplett OP. Ich bin zu spät, der kommt gar nicht hoch. Oh, Sch***, wird angegriffen. Ich weiß gar nicht, was mich hier angreift. Alter. Merkst du wieder, Romadra, oder? Ja, ja. Oh, Max. Hier ist ein Diamanthelm für dich. Max, der ist bisher für dich. Komm her. Er ist bestimmt verzaubert und wird kleiner. Ja. Ich glaube, deinen Sch***kopf kann man nicht einquetschen, Alter. Oh, das ist aber sehr mutig. Und von da wirst du deinen Enderpeller und triffst hoffentlich, oder was? Das will ich auch probieren. Hab sie. Boom. Boom. Let's go, Alter. Drachenkopf? Ach ja, stimmt, der Drachenkopf. Romadra, das ist ein Job für dich? Ja. Aufs Schiff und dann ganz vorne ist ein Drachenkopf. Kannst du abbauen. Ich bin doch aufs Schiff. Echt? Nein, bist du nicht, du Lügenbold. Du bist auf dieser Sch***ung drin. Ah ja, genau. Leute, was für Egoistisch, Digga. Ich hab den Drachen alleine gelegt. Guck mal, das ist doch nur fair, wenn ich das jetzt... Ich hab mich eben so aufgeregt wegen Max. Nein, das Ding ist, Leute, guck mal, das Ding ist, ich bin eh, ich bin eh nächste Woche weg. Und die beiden können sich dann tatsächlich selber ein Schiff farmen. Ein Schiff farmen? Nein. Bitte teleportier mich. Gott, Matra. Nein. Doch, halt's Maul, Max, du bist auch teleportiert worden. Das war das Traurigste, ich wurde in die Kriege gestorben. Hinrichtung machen wir gleich noch mit, Max, ja. Ich krieg keine Hinrichtung. Du kriegst eine Hinrichtung. Wir sind alle quitt, wir alle haben sich einmal geportet. Darum geht's nicht. Ich hab Revis Sachen gesaved, bevor sie verschwunden sind, die spawned sind. Die sind aber nur gestorben wegen dir. Nein, auf gar keinen Fall. Guck dir alles aus meiner Sicht an, ich hab echt gut gespielt. Du kannst dich ja entscheiden, Hinrichtung oder Hausspringung. Doch, ich hab keine Enderperle, stopp. Ja, dann musst du dir welche farmen. Ich hab keine Waffen, ich hab keine Waffen. Ich bin angegriffen, oh Mann, ich hab kein Leben. Hilfe, Hilfe, oh mein Gott, ich hab ein Leben. Alter, Junge, Junge, Junge. Haben wir das Drachenei, den Drachenkopf? Alter, war das ein Pain in the Ass mit euch. Gerade mit dir, Max. Romadra, Junge, well played. Well played. Was hat er gemacht? Alles. Besser als du gespielt. Ja, danke, geil. Geil, geil. Never. Mein Wunsch ist, dass Trimax hingerichtet wird. Was ist deiner, Romadra? Das ist schon mal einer von mir. Oh, ich wünsch mir auch, dass Trimax hingerichtet wird. Hä, ich weiß nicht, ich bin eure versklavte Hausfrau. Ich muss dann eure Sachen machen. Das ist ja nicht eine Hinrichtung. Ich hab so den Wunsch, dich hinzurichten. Das ist einer meiner drei Wünsche. Okay, richtet mich hin. Romadra, weißt du, wer hingerichtet wird? Er wird durch den Zacken hingerichtet. Pass mal auf. Guck mal, Romadra. Schau her. Ja, pass auf. So. Dann. So, und damit wird er hingerichtet. Alter, geil. Du musst hacken, bis du stirbst. Geil. Sehr, sehr nice. Ab geht's mit der Hinrichtung. Bin voll dabei. Komm her, Romadra. Guck mal, ich hab was für dich hier. Schenke ich dir. Schalkerkiste. Guck mal, das ist wie ein Rucksack, den du tragen kannst. Und da kannst du alles reintun. Dann hast du ein erweitertes Inventar. Mega OP, Alter. Und das kriegt Max nicht. Wie trage ich das? Dann kannst du die sogar noch im Amboss benennen und so. Das kriegt halt Trimax halt nicht. Guck mal hier. Siehst du, guck mal hier in die Schalkerkiste. Oh, das ist ja geil. Das ist echt geil. Du bist so Scheiße, Max, Alter. Du bist so Scheiße. Warum bin ich so? Ja, weil du jetzt im Creative Mode bist. Was soll die Scheiße? Ich wurde gebannt. Max, Creative Mode ist sowas von tabu, Bro. Du hast grad was überschritten. Hm?